Willkommen zurück zu Let's Play, eure Level in... Der will doch nicht verarschen, oder? Das geht doch nicht! Joa, am Anfang stand schon krank und ich glaub nicht, dass das geht. Ich mein, geht das? Nein. Aber was soll der Stern da eigentlich? Achso, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, bist du denn verrückt? Nee, das ist wieder ein Kacklevel. Das sieht wieder furchtbar aus. Das geht nicht. Wie soll man das denn machen? Was soll man überhaupt machen? Nee. Das ist einfach scheiße. K.A. Was der hier wieder von mir will. Kann man denn auf den Manchas sich irgendwie bewegen? Natürlich nicht. Aber da kann man sich bewegen. Scheiß. Boah, Junge. Du bist doch ein richtiger Assi, Mann. Weil da unten kann man laufen. Ich versuch mal da hinzukommen. Aber ich versteh trotzdem nicht das Level. Das ist wieder irgendein Kaizu-Shit, der nicht für mich gemacht ist. Ach komm, das ist doch scheiße gemacht. Das ist doch scheiße, Mann. Ohne Witz. Vielleicht steht irgendwas Wichtiges in der Textbox. Was ich machen soll. Was ich machen soll. Boah, du bist so... Boah. Ja, Game Over. Halt's Maul, Mann. So. Ja, klar. Na, super. Ey, das ist wirklich... Das ist kein gutes Level. Nein. Jo, kein Bock. Ne, wirklich. Das ist wieder irgendein Gespame. Irgendwas fürchterliches, was keinem Spaß macht. Danke. Tschüss. Ach komm, das ist doch kacke. Game Over. Du bist auch Game Over bald in meinem Leben. In deinem Leben. Ja, hier kann man echt laufen, ey. Was ist mit diesem... Wie zum Teufel habe ich denn jetzt einen Stern gekriegt? Moment mal, da muss ich die alle kaputt machen. Scheiße. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich jetzt den Stern gerade gekriegt habe. Ne. Das ist furchtbar. Auf der Lava laufen, das war auch nicht so geil. Trotzdem bedanke ich mich fürs Level und ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Tschüss.